Und wo? Furcht. Er rennt natürlich rein. Kann passieren. Au! Wer rennt jetzt rein? Oh, das Spiel ist so durchdacht, die Levels. Das ist unglaublich. Unglaublich. Hä? Na? Weihihi. Jetzt kann man alles zahm schlagen. Warte, lass mich meine Bombe probieren. Was macht das denn? Wie sich bei dieser Schalter funktioniert, nur wenn etwas niedergedrückt hat. Probier mal eine Schalter bei einer Statue. Ich würde gerne wissen, warum ich diese Dinger nie... Okay. Zeig mir, was das geben kann. ... 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